Liebe Zuschauer, in gut 70 Tagen ist schon wieder Weihnachten. Vielleicht möchten Sie in diesem Jahr das Weihnachtsfest mal etwas rockiger erleben. Da empfehlen wir Ihnen unseren singenden und tanzenden Weihnachtsmann, unseren Swinging Cento. Mit seinen 28 cm Höhe wackelt er mit den Hüften. Er dreht sich und vor allen Dingen spielt er dabei auch noch ganz cool und lässt sich den Song Jingle Bells. Hören wir mal kurz rein. Das ist natürlich jetzt genau das Richtige. Wenn man Weihnachten vielleicht auch mal mit guten Freunden feiert, wenn man mal auf einer Weihnachtsfeier eingeladen ist oder vielleicht auch die Adventssonntage ganz einfach mal ein bisschen peppiger gestalten möchte. Eine Wahnsinnsgeschenkidee natürlich. Und glauben Sie mir, dieser Swinging Center zaubert ein Lächeln auf jedes Gesicht. Ich möchte wetten, dass auch Sie gerade ein leichtes Lächeln auf den Lippen haben. 9,41 Euro greifen Sie zu, bevor unser Swinging Center wieder ausverkauft ist mit der NC 8000 und der 569. Schicken wir Ihnen den gerne nach Hause.